Guten Tag, sehr froh, gerne. Und wir sehen uns nochmal alles gegen Wum hier mit einem Heimstieg und verabreuchte Geschichte, die in der 5. Liga begonnen hat, die uns über ganz viele Aufsiege hier in die Pro Art geführt hat. Zu beenden, wir freuen uns, dass ein tolles Team heute zu Gast ist. Bitte nochmal freundlichen Applaus für unsere Gäste, das Team hinter dem Team, die Unterstützer, Spieler und Coaches der Universität Paderborn. 400 Kilometer sind sie angereicht, 11 Fremdenplatz, 4 Spiele in dieser Saison geworden, 7 Spiele verloren. Wir beginnen aber, wie immer, mit den wichtigsten Leuten hier auf dem Feld, unser Daniel, schon vorab den Schiedsrichtern der heutigen Begegnung. Sie heißen Kastra Klaffé, Marco Massi und Benedikt Knoder. Euch viel Spaß und einen guten Job. Wir kommen jetzt zur Mannschaft unserer Gäste, die, jetzt kann ich es gar nicht richtig lesen, Jens Bullrich Wächster, ist hoffentlich richtig, der Coach ausgewählt hat, um heute hier die Lines zu stellen. Und dann kommt die Nummer 25. Mit der Nummer 25. Mit der Nummer 25. Mit der Nummer 25. Mit der Nummer 25. Eason O'Day. Heute möchten wir unserem Exklusiv-Sprung danken Bei unserem ersten Spiel Ein erster Hund der Lebe Und ein erster Unverspieler Kommt unser Doppel-T Ritchie Williams Kommt unser Doppel-T Krebs Brumscher Ein erster Hищer Die Unterlagen D Babich Ein erster Hund Ein erster Hund Das war's! Mit Nummer 30, Cheryl Reissel. Auf jeden Fall mit Nummer 42, hier ist Doris Tate Fiesmann. Wir sind alle wieder aus, bis die ersten Punkte fallen. Diese Tradition hat uns lauter 5. Liga hier in die Pro A gewührt. Alle da aufstehen, alle leer machen, bis die ersten Punkte für unsere Lions-Country. Fallen, Spaß von ihr an! Schaut die Güte, Gürtel, abweichen lassen. Und auf jeden Fall! Rollstuhl, Rollstuhl you see? Rollstuhl. Rollstuhl... Rollstuhl. 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 O Viewerssel! Das ist die Kniege, das die Kniege. Lions, 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 Lions Lions, Lions, Lions Lions Foul der Gäste Spieler mit einer Nummer 9 Gips 3,5 Fünfter Nummer 30 Joe Rusch Come on, come on Yeah Defense 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 Lions, Lions, Lions Lions, Lions Lions, Lions 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 Die Fels! Die Fels! Die Fels! Die Fels! Die Fels! Die Fels! Das war eine gewisse Klänge. an Dieran den die sch sie Wow! Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Das war's. Das war's.